Schon wieder epische Musik. Es wird immer schwieriger, an Gottverdammte Zigaretten zu kommen. Wie oft sollen wir das denn noch durchkauen? Rauchen ist eh ungesund. Gut, und ich soll euch jetzt... ...irgendwo hinbringen? Da ist ein Kraftfeld. Oh, Raketen. Oh, Raketenkiste. Achso, Raketen sind schon voll, okay. Gut. Dann folgt mir, Leute. Seid ihr alle da? Ja, sehr gut. So, kommt her. Auf geht's. Alex, bitte, bemanne das Geschütz. Wie geht es denn heute? Und die anderen Peoples kommt hinter mir her, hier rein. Was auch immer. So, okay. Wo darf ich euch abliefern? Hier. Gut, und wir gehen wieder zurück. Lasst mich durch, lasst mich durch. Alex, kommst du her? Oh nein, ich höre fliegende Kreissägen. Hier aber nicht. Oder vielleicht auch doch. Ja, ich gehe schon. Fliegende Kreissägen, da bist du. Komm her. Komm her. Komm her. Au, 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 au. Nicht schneiden. Schneiden ist böse. Da muss noch eine. Äh. Keine Ahnung, wo ich gehe. Ah, 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 hier. Stirb. Und, na toll. Komm her. Komm her. Na, Minenwerfer. Ach, scheiße. Komm her. Kann ich die nicht? Okay, scheinbar kann ich die nicht anziehen. Na gut, die Minen müssen alle weg hier. Zack. So, nächste Gruppe kann herkommen. Okay, renn mit diesen Zivilisten rüber zum Zug. Ja, dann los. Ich renne, ihr müsst hinter mir herrennen. Ich hoffe, ihr macht das auch. Irgendwo wird geschossen. Leute, seid ihr da? Ja, dann kommt. Ist mir jetzt egal, ob beschossen wird. Wir rennen einfach durch. So, ihr seid noch am Leben. Das ist sehr gut. Unsere Waffe ist aber leer. Dann halt, äh, nimm wir das fette Maschinengewehr. So, kommt, Leute. Lauft, lauft, lauft. Lauft. Ich höre schon wieder Kreissägen. Ich höre auf Pipels. Los, Leute. Rein hier. Nicht stehen bleiben. Gut, Alex. Ja, ich laufe schon. Zu Befehl, Mrs. Alex. Ich bin unterwegs. Speichern wir erst nochmal. So, neue Raketen auf jeden Fall. Äh, was? Oh, shit. Ein Sniper. Oh, na toll. Wie ne Minenwerfer. Okay, Mr. Sniper, wo bist du? Da hinten, ja. Das ist... Oh, shit. Das war kein Treffer. Scheiße. Okay. Das war ein Treffer, aber leider nicht unser. Aber das werden wir nochmal versuchen. Gut, gib mir den Raketenwerfer. Äh, wo ist er denn? Keine Munition. Au, 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 au. Oh. Verdammt. Habe ich übrigens mal erwähnt, dass ich diese Sniper hasse. So, hier hin und du. Und neue Raketen einsammeln. Okay. So, wir speichern, glaube ich, mal hier. Und Feuer. Ich glaube, das war... Uah, Mine. Das sieht aus, als wäre das ein Treffer gewesen. Irgendjemand fackelt da hinten gerade ab. Gut. Mine, weg. Die nächste Gruppe kann kommen. Vier Leute. Na gut. Dann lauft. Lauft, 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 lauft. Uah, wir sind geschossen. Oben auf dem Dach. Boom. Nein, nicht Angriff. Einfach laufen, Leute. Einfach laufen. Kommt her. Einfach durch. Scheißegal. Uah, stirb. Nein, einer ist... Tot. Okay. Wir werden ihn rächen. Kommt, Leute. Ich glaube, ich sollte mal eine Waffe für einen Nahkampf nehmen, vielleicht. Was? Wo? 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 Hä? Wo sind die da denn auf einmal hingekommen? Keine Ahnung. Ich höre schon wieder Kreissägen. Na gut. So, Leute. Folgt mir und bleibt mich da stecken, bitte. Kreissägen, Kreissägen, Kreissägen. Kommen hier wieder Leute durch. Scheint nicht so. Na gut. Los. Springen wir hier runter. Auf geht's. Wir sind schon fast da. Lauft, Leute. So, rein hier. Gruppe abgeliefert. Auf geht's. Oh. Stirb. Alter, der ist immer noch nicht rot. Ach, jetzt aber. Okay. So, das war glaube ich Gruppe 3, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Speichern wir hier nochmal. Wir laden uns mal hin wieder auf und dann geht's wieder auf in die Schlacht. Uah, haha. Oh. Uh, haha. Granate. Oh, da waren ja ein paar Leute. Und Energie ist alle scheiße. Da unten ist aber noch was. Na gut, immerhin haben wir 100. Ich höre noch einen. Ich glaube, da hinten haben sich gerade welche von den Häusern runtergelassen. Oh ja. Oh shit. 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 Ein Panzerfahrzeug. Stirb. Es ist tot. Nein, es ist nicht. Stirb. Es ist tot. Nein, es stirb. Boah. Jetzt ist es tot. Okay. Da sind aber irgendwo noch... Einer ist da hinten. Keine Munition. Keine Munition. Verdammt. Einer ist da hinten. Und der andere, wo ist denn der? Ach da. Boom. Das war daneben. Boom. Ich erwische ihn nicht hinter dem Fahrzeug da. Da kommt er. Und... Boom. Ich glaube, es war zu spät. Boom. Es war auch zu spät. Boom. Das war zu früh. Kann ich den von hier vielleicht besser erwischen? Oh ja, tatsächlich. Boom. Und tschüss. So. Nächste Gruppe, Barney. Lauft, Leute. Lauft, lauft, lauft. Nicht auf feindlichen Beschuss achten. Einfach durchlaufen. Falls da Soldaten sind, erledige ich die auf dem Rückweg. Okay. Zwei Leute diesmal. Oh shit. Da kommen sie wieder durch die Tür. Und boom. Bam in your face. Cool. Nein, immer noch. Stirb. Ja. Da freut sie sich. Gut. Das waren aber alle unsere Raketen. Kommt ihr, Leute? Okay. Kommt hier jemand durchs Fenster? Irgendwo ist jemand. Da drüben. Kommt hier jemand? Nein. Kommt hier noch jemand? Nein. Gut. Dann lauft, Leute. Lauft, 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 lauft. Lauft. Ja. Mein Reden. Okay. Die Griff ist durch. Auf geht's. Speichern wir erstmal. Nehmen wir richtig einen Aufgabe. Alle Worte fangen. Uah. Uah. Scheiße. Alter. Puh. Das kam unerwartet. Aber die laufen mit den Schrottfeln. Die sind richtig übel. Wenn die dich einmal voll erwischen, dann bist du ziemlich am Arsch. Okay. 76 Energie. Das ist in Ordnung. Ich glaube, da hinten bei Barney ist auch noch einmal eine Aufladestation. Da kommen wir doch... Ja, da kommen wir noch ran mit der Gravity Gun. Zack. Und zack. So. Na toll. Das sind neue Peoples. Kann ich mal... Hat das was gebracht? Ich glaube nicht. Au, 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 au. Stirb. Und du auch. Uah. Äh. Kreissägen. 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 Nicht mit mir, Freunde. So, wo bist du da hinten? Oh, der ist tot. Na gut. Gib mir neue Raketen. Oh, der ist tot. Oh, der ist tot. Ups. Da hinten ist jemand. Oben auf dem Haus ist auch schon wieder jemand. Das war der. Das war... Ne, das war er nicht. Oh. Das warst du. Oh. Das war er und da steht schon wieder einer hinter dem Fahrzeug. Und das war er. Und schon herrscht wieder herrliche Ruhe. So, Barney, gib mir die nächsten Leute. Zu den Zügen, Leute. Wir bringen euch schon... Ah, Barney kommt selber mit. Okay. Lauf, Barney, lauf. Libriert die Leute. Lauf einfach. Ach, shit, ich wollte mich da drüben aufladen. Naja, egal. Wo, 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 wo. Da hinten. Kacke. Sterbt. Gut, die sind erledigt. Lauf, Barney. Hoch hier. Okay, wenn Barney dabei ist, dann kann uns ja eigentlich nichts passieren. Hoffe ich mal. Lauf. So viel dazu. Lauf, Barney. Lauf, bleib... Mann, behindern mich doch nicht. So, runter hier und dann... Ist mir jetzt scheißegal, ob die Typen überleben. Lauft. Ja, Barney, bleib doch nicht stehen. Lauf doch. Okay, das war's, glaube ich. Oh, ah, hier, erstmal aufladen. Alex ist auch gerade an uns vorbeigelaufen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das heißt wohl, wir sind hier fertig. Ja, sind wir. Oh, gewollt. Und die Tür schließt sich. Ich muss deine Wahl vom Leide halten. Gut, eine weitere Ladezone. Los, Barney, dich lassen sie in Ruhe. Wir beide lenken sie ab, während du die anderen von hier wegbringst. Danach suchen wir uns einen anderen zu. Ja, okay. Aber mach bitte schnell, ja? Alles klar. Wollen wir jetzt dieses Gleis frei? Gut, wir spüren mal wieder die Ablenkung, damit die anderen entkommen können. Aber ich denke, bevor wir jetzt hier, ja, hier kommen wir wieder nicht hoch, wenn wir einmal durchgegangen sind. Bevor wir durch diese Tür gehen, mache ich jetzt eine Pause. Wir treffen uns da draußen. Ja, alles klar. Gut, ja, bis hierhin wieder. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ja, halt die Klocke. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel dummes Zeug gelabert. Hörgut, mach hinne. Hörgut, mach hinne. Ja, halt die Fresse. Naja, wie auch immer, ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.